Vagefrau betrügt Wenn man in einer Beziehung fremd geht, gibt es einen Grund dafür. Eine Vagefrau ist ein sehr sensibler Mensch, und sie möchte sicherstellen, dass ihr Partner glücklich ist. Sie möchte ihn auf jede erdenkliche Weise zufriedenstellen. Wenn sie das Gefühl hat, dass er nicht zufrieden ist, dann betrügt sie ihn vielleicht. Wenn sie sie betrügt, dann deshalb, weil sie glaubt, dass es für ihr Leben von Vorteil sein wird. Vielleicht war sie mit der Beziehung oder mit sich selbst unzufrieden und brauchte eine Fluchtmöglichkeit. Das kann daran liegen, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Partner sie nicht schätzt oder dass er ihr nicht die Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt, die sie braucht. Eine Vagefrau braucht das Gefühl, von ihrem Partner geliebt, geborgen und umsorgt zu werden. Wenn sie das in einer Beziehung nicht bekommt, kann es sein, dass sie sich verirrt, um das woanders zu finden. Sie haben starke sexuelle Bedürfnisse, und wenn diese von ihrem Partner nicht befriedigt werden, kann es für sie schwierig sein, treu zu bleiben. Sie sind auch sehr loyal und werden alles tun, um eine Beziehung zu retten. Wenn sie jedoch das Gefühl haben, dass sie ausgenutzt werden oder dass ihr Partner ihnen nicht das gibt, was sie verdienen, können sie beschließen, ihn zu verlassen. Sie müssen vielleicht ein Ventil für ihre sexuellen Bedürfnisse finden, aber sie werden nicht weggehen, es sei denn, in der Beziehung stimmt etwas anderes nicht. Wenn sie wollen, dass ihre Vagefrau ihnen treu bleibt, sollten sie dafür sorgen, dass sie ihr all die Aufmerksamkeit und Liebe geben, die sie braucht. Wenn sie sich in dieser Beziehung sicher fühlt, gibt es keinen Grund, warum sie sie betrügen sollte. Sie sind sehr sensibel für die Gefühle anderer, und wenn sie nicht bekommen, was sie von ihnen brauchen, kann es für sie schwierig sein, in der Beziehung zu bleiben. Sie sind sehr dankbar.